Vlogmas Day Two. As they walk from house to house To wish us all a merry Christmas day. I'm coming. Mag dich auch, ich will einfach mein Pick'n Patch auftragen. Es ist jetzt schon fast halb zehn. Man glaubt es kaum, weil ich nicht so aussehe. Aber ich sitze seit kurz vor sieben an dem Vlog, also an dem Day One. Auf Instagram kamen auch schon so Fragen von wegen, ja, also gestern Abend, wo ist denn euer Vlog? Wann kommt der online? Also wir brauchen immer natürlich einen Tag Zeit, weil wir haben ja bis gestern spät gefilmt. Und ich brauche alleine mindestens drei Stunden, um das Video zu schneiden, hochzuladen, das Bild zu machen für die YouTube-Forschau, also das Thumbnail. Das geht halt leider nicht so schnell, auch wenn ich mir das wünschen würde. Wir würden natürlich sehr gerne taggleich hochladen, aber das macht keinen Sinn. Dann ist das Video um zwei Uhr nachts online. Und wir sitzen hier bis ein Uhr nachts und schütteln. Oh, mein Picke tut so viel. Seht ihr den? Echt, diese Picke-Pattles von Balea, Leute. Also, jeden Tag um 18 Uhr kommt ein Vlog. Vollidiot. Wieso? Oh mein Gott, hast du die da unten reingefüllt? Nee. Ach so. Ich dachte schon, er hat ernsthaft die Kaffeebohne da unten reingefüllt. Nee, weil das hat nicht funktioniert, als man es hier oben reingelegt hat. Da habe ich es halt hier oben reingepackt. Und das ist auch bis zum Anschlag voll. Und ja, so. Oh, hast du es da reingepackt? Ja. Oh nein. Ach du Scheiße. War da davon? Ich wollte. Naja. Ja. Die guten Bohnen, die ich gekauft habe, sind jetzt alle nach. Scheiße. Ja, scheint wieder zu funktionieren. Das war der heutige Genius-Moment des Tages. Ja, schon direkt mit angefangen. Das geht. Wir haben gerade die ganze Kaffeemaschine umgedreht. Sam hat hier fast eine Kaffeebohnung gefressen, weil er wieder gelauert hat. Oh, guck mal, da liegt sogar noch einer. Aber er hat nämlich ein Nein bekommen und dann hört er ja auch sehr gut, ne? Die Kaffeebohnen sind nichts für kleine Hunde. Jetzt habe ich schon immer alles. Ich sag's dir eigentlich. Aber du kannst gleich dein Adventskalender Türchen öffnen, da ist halt was Schönes drin. Das ist gut. Ja, funktioniert zum Glück. Wir hatten schon ein bisschen Angst, dass die Kaffeemaschine jetzt kaputt ist. Sam und ich gehen jetzt raus und Phil hat gerade noch kurz. Deswegen kann man noch nicht dazu sein, Adventskalender Türchen zu öffnen. Aber wenn ich gleich zu Hause bin, öffnen wir das wieder gemeinsam. Und diesmal ist eine Überraschung drin, da weiß er nämlich noch nichts von. Ich hatte euch ja schon erzählt, so fliegen und so bringt nichts. Morgen ist jetzt sein Geburtstag. Und ich weiß, dass er auch gerne irgendwie weggeflogen wäre. Aber die Flüge sind zu teuer und für einen Tag Aufenthalt. Weil wir könnten heute erst nach der Arbeit los, mussten Sonntag zurück. Das würde halt nichts bringen. Und deswegen habe ich eine kleine andere Überraschung für ihn gemacht. Wir sind tatsächlich auch gar nicht so weit weg von unserem Zuhause. Und zwar, dachte ich mir, wäre es auch ganz schön, wenn man einfach zwei Nächte in der Effe-Harmonie verbringt. Und ich glaube, die Aussicht ist da halt super schön. Und von daher wird das eine kleine Überraschung sein, womit er glaube ich überhaupt nicht rechnet. Er denkt, wir bleiben safe zu Hause, weil ich ihm schon gesagt habe, ey, du plan nichts groß. Also wir werden das ganze Wochenende hier bleiben und die Flügel sind zu teuer. Und es lohnt sich halt einfach nicht wegzufahren oder zu fliegen. Und da haben wir einfach super viel Zeit gespart, weil wir nicht lange brauchen. Und ich werde auch so tun, als würden wir auf jeden Fall ins Auto steigen, damit es halt wirklich ein Überraschungseffekt ist. Und da haben wir glaube ich auch wirklich Entspannung, weil trotzdem ist man ja im Hotel. Es wird dann eigentlich wie Urlaub sein. Als wäre man vielleicht auch nicht unbedingt in Hamburg. Und ich habe da auch ein paar Sachen geplant. Ich freue mich jetzt schon richtig auf das Wochenende. Und ich bin gespannt, ob die Überraschung gelingt und er sich auch freut. Hast du schon rausgeguckt? Oder hast du es so schnell gefunden? Ich habe es so schnell gefunden, bin Profi, klar. Sam, du kriegst auch gleich dein Türchen, ich weiß es. Ich wollte gerade sagen, ich mach es dir gleich auf. Hacke deinen Koffer für zwei Nächte. Badehose ist Pflicht, Hamburger Wetter und etwas schicker für den Abend muss dabei sein. Oh, ist das für heute? Nee, schon ein Jahr. Natürlich für euch. Also muss ich doch Schlafsachen einpacken. Ich habe heute schon gefragt, ob ich für heute später noch eine Unterhose brauche, eine Fische. Merkt euch, Fische und Unterhosen sind wichtig. Jetzt hat er ja wieder recht. Geil. Winterzauber, Zimtapfel. Und? Und dein Türchen jetzt auch? Du weißt, dein Geschenk wartet auf dich. Du hast Bock, du hast richtig Bock. Oh, was ist das denn hier? Was ist das denn? So gut wie Leckerlis. Vielleicht teilen wir die jetzt auch den Tag über ein. Peng. Er kann schon gar nicht mehr Peng machen, weil ihm schon so viel Spucke zusammenläuft. Peng. Wenn die Matte da ist. Ja, jetzt hat er, guck mal wie schön er das macht. Komm, sitz. Vorsichtig, ganz vorsichtig. Und noch einen ganz vorsichtig. Ja. Kannst du das bitte mal so cool halten, als du mal in den Videos machst? Ja, mach ich doch gerade schon automatisch. Intensive Feuchtigkeit. Am Bulle. Vom Bravo. Die andere habe ich übrigens gestern, guck mal, ich habe übrigens schon heimlich ein bisschen angefangen zu packen. Ja, hier hast du schon mal ein bisschen Klopapier gepackt. Und ich habe was versteckt, weil du eben dein T-Shirt umziehen musstest. Und ich ja jetzt super viel zu tun habe, habe ich so getan, als wäre das mein Daily-Tages-Outfit. Aber dabei ist hier schon mein Haufen versteckt, weil ich wahrscheinlich später gar nicht richtig dazu kommen werde, weil ich jetzt erst mal gleich im Stress bin und drehen muss. Aber sonst ist gut, ne? Nee, nix ist gut. Ich bin schon aufgeregt. D生en, d Batterien, d St Matthias Faustmacht? Vielleicht ist das ja gar keine Überraschungswochenende. Biss denn, was erzählen Leuten lieber mal, wie ich mal so eine Packung Schokobongs platt gemacht habe, wo du gesagt hast, lass mir bitte 2 übrig. Und ich glaube vier Monate später lagen die zwei immer noch im Schrank. Ich habe halt immer diesen Fκ隆. Ich hätte die an dem Tag so krass gebraucht, ne. Du hättest die gar nicht. Du isst einfach immer. Du isst alles einfach, was wir zu Hause haben. Mm40. Ist so. Und ich dachte mir, oh scheiße, hat er die ganzen Schokobox gegessen und dachte mir, ich bin mir nicht so neu. Ihr müsst mal die Körpersprache von Cindy gerade mal lesen, sie lügt. Das stimmt gar nicht. Einfach abüben. Oh Mann ey. So, was haben wir denn hier noch? Einen großen Schoko. Mann ey. Crispy Waffle. Dunkle Nugget. Die vegane Salami von Aldi schmeckt übrigens in Ordnung. Jetzt nicht super gut, aber in Ordnung. Ich würde es auf jeden Fall kein zweites Mal kaufen. So gut schmeckt es mir dann auch wieder nicht. Aber ich kenne auf jeden Fall jemanden. Eben die Salami auf alle Fälle schmecken würde, ne? Egal wie sie in Wirklichkeit schmeckt. Ich mache mich hier gleich nochmal an die Arbeit und mache ein schickes Banner fertig für den... Oh, HängerTV. Ich kümmere mich jetzt einmal um den Vlogmas-Kanal und mache erstmal einen schönen Banner fertig für den YouTube-Banner. Ich kriege diesen scheiß Satz nicht zu sagen. Auf jeden Fall mache ich einen neuen Banner für den YouTube-Kanal für die Vlogmas-Geschichte. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich zeige euch ihn gleich mal. Hier habt ihr dann einmal das fertige Ergebnis. Schönen Weihnachtslook hier mit diesen Candys und so. Der Weihnachtsbauer darf natürlich auch nicht fehlen. Sam, der auf ein Leckerli hofft, natürlich auch nicht. Und wie ihr wisst, jeden Tag um 18 Uhr. Wir befinden uns in den letzten Vorbereitungs-Hindy muss noch was schneiden. Was gerade auch nicht so gut klappt, wie man am Gesichtsausdruck schon sieht. Ich habe einfach viermal den gleichen Fehler hintereinander gemacht. Viermal. Und damit die arme Dame nicht verhungert, gibt es vielleicht ein bisschen Dumplings. Und kurz danach fahren wir auch schon los zu meiner Überraschung. Sam hat sich schon mal in die Bettler-Position hier positioniert. Und für mich gibt es jetzt nochmal ein bisschen Heidelbeeren. Ich hatte richtig Heißhunger drauf gehabt. Und wir haben da zum Glück gestern noch bei Aldi eine XXL-Packung gefunden. Ich hoffe, ich erst gleich nicht alles offen. Die Säle sind gepackt und wir gehen jetzt los. Oh, wo will ich denn hin? Und wohin geht's? In die Therme nach Norderstelle. In die Therme nach Norderstelle? Ich habe mir das Schwimmbad schon angeguckt. Hast du? Ja. Denkst du, ich google nicht, wenn du mir den Begriff sagst. Wir werden auf jeden Fall Turmspringen. Turmspringen? Ich glaube, die haben keinen 10er, aber ich glaube, ein 3er oder ein 5er war das. Hast du gekloppt, oder? Natürlich. Das wünsche ich mir zum Geburtstag. Morgen hast du erst Geburtstag. Mach dir nichts. Ich habe noch so richtig Schnappatmung. Ich muss gerade runterkommen. Ich hatte so einen Stress gerade zu Hause. Mein Harry Potter-Hörbuch. Weil ich habe was für... Also für Douglas'n Story gedreht, ein Reel gedreht. Das kommt alles Montag online. Danach... Sachen hochgeladen und so weiter und so fort. Und es hat alles länger gedauert, als ich dachte, weil dann halt auch noch wieder Sachen dazwischen kamen, die erledigt werden mussten. Und ich bin gerade so unter Strom. Ich muss erst mal gleich runterkommen. Achso, ich kann den Weg. Das musst du nicht eingeben. Das ist tatsächlich... Das Hörbuch hast du schon Schnapp gemacht, ne? Ich habe noch gar nicht Schnapp gemacht. Achso. Aber hast du schon eine Idee, was wir morgen machen? Du meinst mein Geburtstag jetzt? Ja. Nee, keine Ahnung. Nee. Aber wir sind ja noch in der... Rechts? Ja, genau. Hier am besten rechts. Aber wir sind ja dann noch in der Therme, ne? Ähm... Kann sein. Es sind ja zwei Nächte, ne? Ähm... Er hatte mich nämlich vorhin gefragt. Dicker, Alter. Er hatte mich nämlich vorhin gefragt, was wir genau machen gegen Badehose. Und da habe ich Ihnen schon gesagt, dass wir nach Norderstedt gehen. Norderstedt. Norderstedt. Vielleicht gibt es erst mal eine Arschbombe. La Bomba. Ach du. Ja, komm. Du auch noch. Ich kriege hier immer Strafzettel, wenn ich in der Straße kurz halte. Besser. Bei mir steht direkt die Polizei. Es ist einfach so cool, die Straße. Man fährt hier direkt auf die Affairmane zu. Es ist so die perfekte View. Auch wenn ihr mal Fotos in Hamburg machen wollt. Am Kaiser Kai heißt es, glaube ich, die Straße. Das ist echt mega cool. Ey, hier gehen heute alle einfach über die Straße. Wir Fahrradfahrer, die blockieren hier. Und jetzt müssen wir da rein. In die Elfi, oder? Ja. Hier? Ja. Boah. Ist auch so ein neu gebautes Parkhaus und so eng wie sonst was. Hallo, Sam. Du auch da. Aber wir haben echt einen guten Parkplatz bekommen. So. Jetzt werde ich erst mal das Wochenende einklingen und meine Brille absetzen. So wie alte Menschen das machen. Ne? Ich dachte wirklich, wir fahren in irgendein Schwimmbad nach Norderstedt. Ich wusste nicht mal, dass es in Norderstedt eine Therme gibt. Ja, irgendwie schon. Und du googelst das einfach. Irgendeine Therme, beziehungsweise, ja da war halt irgendwie so ein richtiges Schwimmbad. Und ich dachte mir auch so, ich habe auch so geguckt, so wegen Schlafmöglichkeiten, habe ich erst mal nicht so richtig gesehen, aber irgendwie konnte man da doch so ein Schlafmöglichkeiten. Und vor allem, du weißt doch, wenn ich dir etwas sage, dann verrate ich dir das grundsätzlich nicht. Und ich habe noch so verarschen gesagt, ja wir gehen in ein Schwimmbad nach Norderstedt in die Therme. Ich wusste nicht, was ich vor der Stippenschwimmad hatte. Es ist ja dunkel. Herzlich willkommen bei MTV Cribs. Hallo. Oh, was ist das für ein geiles Zimmer? Können wir bitte noch einmal den Vorhang auf und zu machen? Wir haben sogar das gleiche im Schlafbereich. Oh mein Gott, ey. Kaputt gemacht. Hast du ihn jetzt kaputt gemacht, oder was? Komm schon. Jetzt. Ja, aber guck dir mal die Aussicht an. Das ist ja richtig überkrass. Also besser geht es gar nicht mehr. Ja. Oh mein Gott, wie geil es einfach morgen sein wird, hier aufzustehen. Und die Decken sind auch so hoch, ne? Ja. Richtig krass. Meiserweiser. Und jetzt wird angestoßen. Oh mein Gott, das zeigen wir euch morgen auf jeden Fall nochmal bei Tageslicht. Happy First Day. Ach, wie süß. Oh, wie süß. Komm, mit der Elf hier, Puderzucker. Das ist ja richtig cute. Darf du ihn heute essen, oder musst du ihn morgen essen? Ja, du musst ihn liegen lassen, bis Therme dann gegessen hat. Ey. Nase weg. Und wir haben hier einen getrunken. Und, und. Ich habe ihn auf Eis geholt. Das spielt gut. So, wir wollen jetzt das machen, Ende. Oha, sogar auf der Kamera sieht das mega nice aus. Ach, Sam, das ist wahrscheinlich die Romantischur. König der Löwen, ne? Ah, ja. Und Frozen. Stimmt. Und hier setzen wir uns jetzt hin und trinken jetzt schon mit wunderschöner Aussicht. Wir haben hier gerade noch Fenster entdeckt. Ob ich es glaubt oder nicht, man kann hier auch die Fenster aufmachen. Okay, keine großen, aber. Oh Gott. Wie krank ist das denn? Eigentlich bekommen wir einfach direkt Höhenangst, ne? Wirklich? Ja, ich wüsste aber nicht, sobald die Luft rangekommt. Krass. Also für mich ist das gerade wie ein Kletterwald. Ich bin gesichert. Ja, ja, genau. Weil die haben das extra so gemacht, dass man maximal echt den Arm durchstecken kann. Wir bestellen morgen ein schönes Frühstück, Geburtstagsfrühstück. Ich glaube, hier kann man seinen Kaffee auswählen, Tee. Oh, hier frische Säfte auch, guck mal. Ja. Oha. Wurstauswahl. Ja, super. Einmal bitte nur die Wurstauswahl auszumachen. Wiesauswahl, Auswahl an Brötchen. Danish Pastries, was war das denn nochmal? Keine Ahnung. Das kommt mir mir bekannt vor. Ah, das ist ja richtig cool. Hier kann man ja richtig einzelne Sachen dann aufs Zimmer bestellen. So zusammenstellen. Baked Beats. Omelette. Das hast du, glaube ich, nicht rein. Was ist das? Ah, du hast das Programm aber nicht, wo man die ganzen einzelnen Fotos machen kann. Wollen wir es mit meinem Handy dann lieber machen? Macht das in der gleichen Qualität dann? Ja. Na gut. Ich glaube, Lens Buddy war das. Irgendwie ist es nicht mehr. Das haben wir in Barcelona ja auch benutzt, ne? Ja. Ja, ich glaube, ja, dann zieht er runter Lens Buddy. Und dann macht er jede Sekunde ein Foto. Also wirklich geile App, wenn ihr die haben wollt hier. Das wird schon nice. Ich stelle euch jetzt mal mit auf. Und dann machen wir das Foto. Und da geht es für uns eigentlich als Barbara. Ich will mal nämlich nochmal schwimmen. Im Schwimmingspool, so nennt man das. Schwimmings. Und Frühstück kann man übrigens erst morgen früh bestellen. Das heißt, das machen wir morgen mit euch zusammen. Und jetzt ist es schon fast sechs, deswegen müssen wir uns spurten. Lass uns arbeiten. Warum? Oh! Pfff! Ey, das ist wirklich urschig einfach. Okay. Okay. So, jetzt. Mega. Oha, krass. Helft dich. Ich hatte nicht gedacht, dass die so gut sind. Oha, wie schön. Also Leute, wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt. Für Nova und Cindy Jane. Noch eine Durchsage. Für Nova und Cindy Jane. Danke. Hast du bei den Anschlussbildern nach vorne nicht in die Kamera geguckt? Äh. Was war da denn los? Wir lieben das Leben. Und die Lust. Wir glauben an Liebe. Und haben auch immer Lust. Hier kommt eine Szene von Mr. Bean. Wo er in den Keller geht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Ich hab mal noch gestorben. Es ist ja rein. Ja, aber nicht. Es kommt bloß noch Wasser in den Keller. Oh mein Gott. Der Eimer. Da können wir rücken. Das haben die nacken Babyhaare. Ich kann Wasser ausdringen. Siehst du das? Sie sind nass. Sie sind nass. Wir wollen gleich essen gehen. In einer halben Stunde. Leute, so viel dazu. Dass meine Haare nicht doll nass geworden sind. Aber wir haben zum Glück einen Film mitgenommen. Aber ich hab halt keinen Lockenstab oder so dabei. Wir sind hier gerade in der Bar. Weil die auch ganz coole Spreisen hatten. Ich hab hier Tüffelpasta. Und was? Lachs, ne? Lachs und Sellerie. Ne, Sellerie-Püree. Und ich glaub das sind Astinaken oder so. Lachs und Döse. Sieht auf jeden Fall auch mal schön aus. Ja. Und sitzt hier noch im Restaurant. Der leckt die Bleche aus. Ich glaub das hat jemand Essen reinfallen lassen. Das macht er seit ungefähr fünf Minuten. Okay, aber bitte. Ich würde gar nicht mehr auf. Aber es scheint zu schmecken. Also? Selben gut habt ihr. Es sei dir gegönnt. Ja. So das Brummen? Ja. Es ist wohl viel Brummen. Ja, ne? Versteht ihr selber gar nicht richtig, was hier gerade passiert. Er denkt so, best day ever. Wieso? Er denkt gerade, er hat selber Geburtstag. Ja. Du hast auch bald wieder Geburtstag, ne? Ich hab schon eine schöne... Oh, wir müssen noch dein Weihnachtsgeschenk bestellen. Fällt mir gerade ein. In einer Stunde ist es soweit. Und wir gehen jetzt noch mal eine Runde mit Sam. Und... Gassi! Ich dachte, das wäre jetzt so ein Kreuzwort-Rätsel. Ja, du hast das Kreuzwort-Rätsel gewonnen. High five. Woo! Und wir sehen uns morgen zu Füls Geburtstag wieder. Tschüss! Bis morgen, 18 Uhr. Das ist gut! Okay. Tschüss! Tschüss! Tschüss!